Sie ist die beste Badminton-Spielerin Österreichs, Katrin Neudold. Was man auf diesen Bildern allerdings nicht sieht, die 33-Jährige ist gehörlos. Im Alter von sieben Jahren entdeckt sie den Sport für sich. Ich bin durch Schulfreunde zum Badminton gekommen. Einer war selber Spieler und die ganze Klasse ist damals gegangen. Und mir hat halt einfach die Wärme und die Gemeinschaft im Team gefallen. Und seitdem spiele ich eben Badminton. 2004 macht Katrin Neudold den Sport zum Beruf und das mit Erfolg. Sie ist mittlerweile fünffache Staatsmeisterin. Seit 2016 unangefochtene Nummer 1 in Österreich. Ich habe ziemlich viele Erfolge. Ich werde die wichtigsten vier herausnehmen. Das sind eben die Qualifikation bei den Europameisterschaften der Hörenden, die ich eben als erste Gehörlose in Europa geschafft habe. Dann zweifache Europameisterin, zweifach Vize-Weltmeisterin und vor kurzem eben die Deflympics Silber-Medaille. Gehörlos sein beim Badminton spielen, das hat Vor- und Nachteile, vor allem im Duell gegen Hörende. Als gehörlose Badminton-Spielerin habe ich den Nachteil, dass ich den Schlag der Bälle nicht höre. Ich muss länger abwarten, bis ich sehe, wohin der Ball geht. Das zweite ist am Feld selber. Wenn das Publikum normal mit den Händen applaudiert, höre ich das nicht. Darum muss das Publikum mit den Händen wackeln und winken. Dann sehe ich das Applaudieren und das inspiriert mich am Feld. Die Kommunikation mit meinen Coaches ist meistens lautlos. Die kommunizieren in Körpersprache oder Gebärdensprache, je nachdem wie kompetent sie sind. Und das ist für mich einfach ein Vorteil, weil ich die Anweisungen sehr schnell und gut umsetzen kann. Der zweite Vorteil ist, dass ich durch das gute Lesen der Körpersprache die Gegner sehr gut einschätzen kann. Ob sie nervös sind, in welchem Zustand sie sind, und das kann ich manchmal als Vorteil für mich nutzen. Sechs Tage pro Woche trainiert die Profi-Badminton-Spielerin. Heute im F10 in Linz. Wir sind quasi auf der einen Seite natürlich Lieferant vom ganzen Equipment. Also wir unterstützen die Katrin in der Ausstattung. Sie kriegt dann quasi auch immer wieder die Möglichkeit, bei uns im Haus zu trainieren. Wir haben eine top ausgestattete Badminton-Halle, die alle Stickling für Profisportler bietet. Genauso wie unser Fitnessstudio, was gleich angrenzend ist, wo sich dann Krafteinheiten und Mobilisierungs- und Ausdauer trainiert. Ich habe hier optimale Bedingungen. Es ist eine professionelle Anlage. Ihre Ziele sind ambitioniert. Weltmeisterin 2023, Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 und Gold bei den Deflimpics 2025. Untertitelung des ZDF für funk, 2017